Das habe ich jetzt schon das zweite Mal, ne? Also das da ist der Effekt, also das ist kein Kampf mehr. Das ist ein Kram, nicht ein Kram. Also ich hatte schon die Stattel. So, jetzt fährt er schön hinter mich und knallt mir hinten einer rein. In die Seite, ja. Was hat er jetzt gemacht? Vorbeigeschossen. Er hat einen Abfaller gehabt. Vor allem, das ist der Idiot, der mich zweimal getötet hat. Der ist sowas wie ein idioter Typ hier vor dir. Aber mich kann er, wenn ich mit 50 kmh schnell mit dem Fumor fahr, kann er genau die Munition treffen. Auf dem Erschenschutz. Haha, ich habe ihn noch geholt. Hahaha, ich habe ihn noch geholt.